So Leute, ich habe noch ein bisschen Rette die Welt gespielt, dabei selber noch ein bisschen auf Twitch rumgeguckt, bisschen Monte geguckt, Pack Opening, man kennt es ja, Team of the Year Star in FIFA, aber ich werde jetzt online kommen, Link ist in der Videobeschreibung, also oder ihr geht einfach auf Twitch, sucht Family Hack, da werdet ihr mich auch schon direkt finden, ich gehe dann jetzt nämlich ganz entspannt rüber, gucken was ich mit euch noch so zu sagen, äh, Sprachfehler sind da, gucken was ich mit euch noch so zu sagen, äh, Sprachfehler sind da, gucken was ich mit euch noch so zu sagen, äh, Sprachfehler sind da, gucken was ich mit euch noch so zu sagen, äh, Sprachfehler sind da, gucken was ich mich am Arsch, gucken was ich mit euch zu sagen, zusammen dann das so mache, aber ich denke mal, wie gestern halt Aufgaben noch erledigen, damit ich einfach im Level noch weiter hochkomme, und dann würde ich sagen, erstmal, danke für alle, die gleich dabei sind, ihr seht schon, Einladungen gehen wieder raus, wir sind alles da, ist Luca da, Luca eh, war klar, Luca immer da, man kennt ihn, so, wie haben wir gesehen, Itemshop, hat sich irgendwas verändert, nö, naja, der Itemshop verändert sich eigentlich eh nie täglich irgendwas, ne, aber es war noch mal eine Zeit lang, ach nee, das war beim Update, dann wird sich immer alles geändert, so, wie gesagt, wer Bock hat, sich ein Skin zu erspielen, ihr seht, fast 9000 V-Bucks, ich bin fleißig am Sammeln, rette die Welt, einfach ins Stream kommen, sammelt 5000 Punkte, ihr könnt ein Skin gewinnen, sollten wir heute, heute denke ich mal, wird ein etwas längeres Team, äh, solltet ihr Bock haben, bei der Skinverlosung teilzunehmen, einfach ins Stream sein, wenn die Skinverlosung stattfindet, wann genau, kann ich nicht sagen, das entscheidet ihr quasi, wenn ihr das Goal erreicht habt, von 100.000 Kanalpunkten spenden, ich glaube, wir sind jetzt gerade, warte mal, ich kann mal gerade ganz schnell gucken, zack, 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 wir sind jetzt bei 74%, heißt 26.000 Kanalpunkte fehlen noch, also, wenn da noch der ein oder andere ein bisschen was dazu gibt, ihr wisst ja, für den Follow kriegt ihr schon 300 Punkte, wenn ihr noch gar nicht da seid, alles immer rein spenden und dann findet die Skinverlosung statt, jetzt habt ihr noch die Chance, sollten wir wieder mehr Zuschauer werden, sind halt mehr da, ne, also, in dem Sinne, bis gleich und haut rein!